Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge No Man's Sky. Stelle Kohlenstoff Nanro her. Ja, ich hab dir Ende der letzten Folge ein bisschen verkackt von wegen Basenbau. Aber das hab ich jetzt zwischen den Folgen einmal alles repariert, alles neu gemacht. Ach, wir brauchen Kohlenstoff, da war ja was. So, hier haben wir einmal nochmal die Basis. Einfach einmal neu aufgesetzt. So. Oh, das schneit rein. Da ist nix gut. So. Schöner. Denn eh und je, sagt man das so? Ja, ne? Oder so schön wie eh und je? Keine Ahnung. Kohlenstoff. Jo, nehm ich mit. Wir brauchen einen Kohlenstoff Nanorohr. Und wir müssen aber auch einmal unseren Minenlaser wieder aufzack bringen. Oh, es hat noch nicht mal gereicht. Huch. So. Wunderbar. Jetzt haben wir noch ein bisschen Kohlenstoff. Ist ja genug da. Noch. Wie gesagt, ich will sowieso von diesem Planeten runter, so schnell es geht. Natrium nehmen wir noch mit. Kann nicht schaden. Feritstaub kann ja auch nicht schaden. Brauchen wir glaube ich sowieso. Jetzt am Anfang erstmal ein bisschen. Hier haben wir noch ein paar Container. Was haben wir da mal? Okay. So. Weg. Falsch. Da. Weg damit. Was haben wir da drin? Mikroprozessor. Okay. Was ist das? Atlas Pass benötigt. Mhm. Ich habe einfach mal gar keine Ahnung, was dieser Atlas Pass ist. Muss man sich sowas jetzt hier für das Spiel kaufen? Oder ist das so ingame, was man finden kann? Ach, keine Ahnung. Ein Item. Was zur... Was soll er? Vollentwickelt. Typ Verhalten ständig in Bewegung. Ja, das ist schön. Ähm. Märzliche Steine. Es frisst Steine? Was? Okay. Ja gut, soll er machen. Wenn es ihm schmeckt. Sein Ding. Was haben wir da? Das... Ähm. Ja, gut. Das kann auch wieder weg hier. Modit. Und weg damit. Das... Würde ich glaube ich erstmal behalten alles. Ja, das würde ich erstmal alles da lassen. So, ein Nano-Röhrchen. Und setze die Konstruktionsforschungsstation ein. Okay. Machen wir aber bei unserer Hütte. Damit das alles so ein bisschen... beieinander ist. Würde ich sagen. Klima hat er stabilisiert sich. Äh. Ich hab... Ähm... 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 Konstruktionsforschungsstation. Nein? Dann muss das hier sein, ne? Konstruktionsforschungsstation. Wollen wir einfach mal hier so in die Ecke, würde ich sagen. Ich glaube, das Häuschen steht sowieso noch nicht so lange. Also es wird nicht so lange stehen. So. Analyse-Einheit online. Diagnose-Vorschlag. Der Benutzer sollte geborgene Daten aus vergrabenen Technologien bergen. Rüste eine Analyse-Visier aus und verwende es. Okay. Ah, okay. Basis-Teleporter-Modul. Okay. Das ist cool. Gut. Erkunde den Planeten und finde vergrabene Technologie. Wiederhergestellte Technologie kann für neue... Bauteile ausgegeben werden. Verwende das Analyse-Visier, um vergrabene Technologie zu finden. Wähle die Multi-Werkzeug-Modi... Mit... Was? Achso, vergraben. Ja, klar. Ja, gut. Oh, was? Ah, okay. Cool. So. Ey, das funktioniert noch nicht so ganz mit dem... Wegpunkt setzen, oder? Liegt das an mir? Ich weiß es nicht. Lecker schmecker. So. Oh. Die Wasserstoff. Mitnehmen. Mitnehmen. Da war noch einer. Oh, hier sind ganz viele. Oh. Alles meins. Alles meins. Alles meins. Geil, 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 geil. So. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. So. Oh, ja gut. Das nehmen wir dann mit. Oh. Das sieht ja cool aus. Warten wir... Was ist denn näher? Äh, 370 Units und... 381... Ja, war da nicht eben als bei 200? Oder... Da ist es. Hab ich... Ah, okay. Gedrückt halten. Alles klar. Guck mal, hier liegt noch. Ein bisschen Schrott. Durchsuchen. Gesundheit. Ja, läuft. Läuft, würde ich sagen. Das kann weg. Ich weiß noch nicht genau, wofür man das braucht. Noch mehr Gesundheit. Ja, geil. Natrium. Nehme ich dankend an. Abbauen. Alternativ wechseln. Weiß. Glätten. Wiederherstellen. Abbauen. Ersch... Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, was hier dieses Ding überhaupt kann. Okay. So, erschaffen ist das. Glätten. Huch. Was? Ähm. Okay. Wiederherstellen. Ähm. Was? Egal. Abbau. So. Kriegen wir hin. Guck mal, da haben wir doch was. Wunderhübsches gefunden. Das nehme ich auch direkt mal mit. Geborgene Daten. Läuft, würde ich sagen. Läuft. So. Alter, warum sieht das denn so ekelhaft aus? Alles klar, ab nach Hause. Minenlaser. Wunderbar. Dä, 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 dä. Oder kurz, oder mit Hilfe des Baumenüs einen neuen. Was? Setze die geborgene Daten an deiner Konstruktionsforschungsstation ein. So. Setze die Daten ein, um neue Konstruktionsbaupläne zu erlernen. Kehre zu deiner Konstruktionsforschungsstation zurück. Oder... Achso. Und man macht neue. Alles klar. Ich gehe zurück, weil soweit sind wir, glaube ich, gar nicht gelaufen. Temperatur stabilisiert sich. Ja, natürlich. Ist eine kleine Blockhütte, aber ist, äh... Ne? So, wollen wir mal gucken. Analyseeinheit online. Diagnosevorschlag. Der Benutzter sollte geborgene Daten ausrüstern. Das haben wir schon gemacht. Warte mal. Strukturen erforschen. Ah, guck mal, hier haben wir... Was ist das? Dünne Holzwand. Okay. Holzdreieck. Kleine Holzplatte. Holzrampe. Holztür, Holzfenster. Elektrische Holztür. Eine mit Strom betriebene Tür. Ja, gut. Aus Metall. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Huch. Aber ich würde sagen, wir bauen uns erst einmal dieses... Wunderhübsche... Hallo. Gib Gas. Dieses wunderhübsche Portal. Achso. Kohlenstoff-Nanorohr. und Metallplatten. Hm. Was ist das denn schon wieder? Okay, verkaufen. Komm, weg damit. Ätzend, ey. Diese Mini-Inventar-Kacke, ne? Technologie. Was kann ich da machen? Oh. Kann ich das hier... Technologie installiert. Oh. Oh. War das jetzt richtig? Oh, das ist ja cool. Das ist ja cool. Fracht. Und ich finde sie... Weiß? Achso, wir brauchen zwei Mini-Röhrchen. Passt. Die nehmen wir schon mal. Und dann brauchen wir noch Metallplatten. Für die brauchen wir... Wir... Ferit. Feritstaub. Wir brauchen, glaube ich, vier Platten, ne? Also 200 Ferit. 49 haben wir. Machen wir doch mal gucken. Ob wir das nicht hinkriegen, hm? Ach, habe ich schon... Ja, wunderbar. Wunderbärchen. Einfach alles mit mir, was geht. Warum hat sich mein Wärmeschutz gerade aufgeladen? Ich bin doch draußen. Es ist kalt. Oder? Achso. So. Warte. Achso. Achso. Ähm, was habe ich jetzt gemacht? Ja, alles klar. Keine Ahnung. Achso, das reicht jetzt. Ja, ja. Ja, schön. Schön. Oh, wir haben gestern den... Wie... Das Remake, die Neuverfilmung von Friedhof der Kuscheltiere gesehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war lange nicht mehr so enttäuscht. Obwohl, es fand ich auch nicht so... wie die Neuverfilmung. Der erste Teil ging noch von der Neuverfilmung, aber der zweite war... Bleh. Gar nicht mal so gut. Naja, genau wie jetzt, äh... Hier, Dingens. Friedhof der Kuscheltiere. Ne. Ging gar nicht, finde ich. Der Anfang war noch in Ordnung. Aber je länger der Film ging und je... weiter das da voranging... Äh, nee. Entschuldigung. Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. So, ein persönlicher Teleporter, durch den der Benutzer schnell zwischen den gebauten Basen sowie allen Raumstationen Termini, mit denen er sich verbunden hat, wechseln kann. Der Benutzer muss unbedingt vorher die Netzwerkintegrität überprüfen, wenn er beim Einstieg keine wichtige Materie verlieren will. Was? Äh, welches war noch bei der Basiscomputer? Das hier, ne? Hallo? Achso, ach ja, gedrückt halten. Ähm, wie nennen wir das denn mal? Wir nennen es einfach mal. So. Fertig? Oder... nicht so? Was macht das? Ja, das, das gefällt mir. Gut. So. Ähm, sammle Kohlenstoff, das, Basis, das... Achso, bla bla, bla bla, okay. Benötigt Kohlenstoff Nano-Reichern. Gut. Wollen wir hier erstmal ein bisschen Kohlenstoff zerstören, klauen, mitnehmen, wie auch immer. Nein, was ich vorher noch mal machen wollte. Einmal gucken, wie das aussieht, wenn man taucht. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, zu Release habe ich nie Wasseraufleiten gefunden. Ich weiß nicht. Okay. Oh. Oh, was ist das? Ich will das haben. Ich will das haben. Ey. Gut, was gibt's da? Feritstaub. Okay. Naja. Ja. Ja. Ist, äh... Uh. Und tschüss. Da... Hä? Was ist denn da? Da ist ein Planet und da... Sieht man die Wolken nicht durch die Wasseroberfläche? Ich weiß es nicht. Ich war schon lange nicht mehr im Meer schwimmen. Aber, äh, ja. Ich lasse mich dann doch gerne nochmal belehren. Sollte es wirklich so sein. Naja. So, ähm... Ja, wie gesagt, ich werde dann auch... Oh. Versuchen, so schnell wie möglich hier wieder wegzukommen. Mach noch ein bisschen das Tutorial hier und dann, ähm... Werden wir, glaube ich, sowieso hier weggeschickt. Ach. Hä? Jetzt habe ich das gemacht, aber... Ach so. Ja, ist okay. Ich habe es verstanden. Ist okay. Wollen wir das mal eben da hinbauen, ne? Allgemein. Hier bauen wir unser kleines Stargate hin. Würde ich auch sagen, hier einfach in die Ecke rein. So. Dim, 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 dim. Okay. Ja, ja, quietsch, quietsch. Warte mal, konnte man die nicht füttern? Hä? Ja, aber hier... Ähm... Was sind denn Kreaturen-Kugeln? Ah. Moment. Brauche ich noch nicht. Das kann auch weg. Produkt herstellen. Aus Kohlenstoff. Okay. Produkt hergestellt. Das will ich dann doch mal testen. Oh Gott, das sieht aus wie so ein Dino-Nil-Pferd. Ist glücklich. Auf... Aufsitzen? Ähm. Keiner Scheiß. Was zur... Okay, ähm... Alter, was? Kann ich da durchcrashen? Yeah. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes da durch. Er lerne den Biodiesel... Was? Biotreibstoff... Reaktor? Ach, wahrscheinlich für Strom, ne? Alles klar, mein Guter. Wir sehen uns. Hier hast du noch mal was. Mh. Lecker, 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 lecker. Nein, da. Da. Hier. Alter. Das war nicht für dich. Ex-Backe. Ist glücklich. Will nix essen. Kacken wir hier hin? Ach, wahrscheinlich für Dünger, ne? Oh Mann. Oh Mann. Also, lass mich raten, wenn ich jetzt dieses... Was... Was muss ich machen? Temperatur stabilisiert sich. Mein Tipp ist weg, was ich machen muss. Wo ist das? Ja, ja, hier, Analyse, Künsten, bla bla bla. So, herstellbare Technologien. Biotreibstoffreaktor, ein kleiner Stromgenerator. Alles klar. Ah, ich brauch noch geborgene Daten. Zwei Stück brauch ich. Dann haben wir auch einen Speicherpunkt. Beziehungsweise können wir uns einen Speicherpunkt bauen. Hört auf, hier alles voll zu kacken, Alter. Ach so. Also. Scheiße. Jetzt hab ich sie alle angelockt, ne? Äh. Wo sind denn... Warum find ich denn keine... Ähm. Hier war doch eben noch überall diese Technologiedinger. Da hinten ist noch eins. War das so weit weg? Ach ja. Gut. Kriegen wir auch noch einen. So. Huch. Entschuldigung. Hab grad einen Schluck getrunken. Das Reisemeilenstein erreicht. Aufbruch. 8000 Units zurückgelegt. Ich schätze mal, das sind die Schritte, ne? Units sind Schritte. Oh. Natrium. Will ich haben. Haben wir eigentlich auch eine Uhr? Aktuelle Zeit. 11 Uhr. Derzeitiger Standort. 18, 32, 9, 31. Gut. Wo hab ich denn... Da hab ich's markiert. So. Was haben wir noch so? Ah, okay. Da haben wir den Planeten. Gelegentlicher Schneefall. Ressourcen gewöhnlich. Fauna nichts. Flora umfassend. Wächter nicht häufig. Hier. Oh, es gibt Vögel. Ah, den haben wir doch schon von einem anderen Planeten ausgesehen, ne? Das sieht hammermäßig aus. Oh, wir haben Gold gefunden. Ist das Gold? Kupfer. Hm. Oder weißt du was? Warum nicht? Abbauen. Wir können's gebrauchen. Aber man merkt schon, dass dieses Spiel wahrscheinlich weitgehend für die PS Pro optimiert wurde. Denn beim Abbauen ruckelt es des Todes. Ich hab ja immer noch hier diese... Eine der ersten Playstation 4... Huch. 4... 4... 4... 4... Ne? Äh, weißt du was ich meine? Eine schöne weiße im Destiny Design. Ne, ja doch, muss ich aber auch sagen. Gefällt mir. So, also so ein... Weiß... Wo ist denn... Meine Markierung? Äh, tut mir eh... Scheiße da. Was ist das? Beschädigte Maschinerie. Joa. Ähm, ne? Whee! Macht Sinn. So. Ähm... Sehe Flüssigkeiten. Weg damit. Soll ich mit Schrott? Ähm, zum Öffnen. Äh, was? Äh, Photon-Kanon-Modul? Upgrade-Module verbessern eine bestimmte Technologie, die du bereits installiert hast. Jedes Modul ist einzigartig. Suche in den Raumstationen... In der Raumstation... Bestimmte oder seltene Module. Okay. Wo ist denn... Wo hab ich denn... Wo... Wo haben wir denn... Hä? Jetzt bin ich aber doch schon wieder... Was ist das denn? Äh, so eine giftige Pimmelpflanze, ne? Iba! Ja, aber hier müsst ihr doch jetzt auch irgendwo... Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Hä? Also... Ey, es tut mir echt leid. Ich bin grad echt ein bisschen... Dämlich? Oder so? Gibt's auch gar nicht. Ja, er lerne den Biotreibstoff. Reaktor. Ich bin dabei. Ich brauche... Da. Mein Gott. Ne, nicht glätten. Hallo? Abbauen, mein Freund. Abbauen. Moin. Nein, es gab nur eins. Oh, zwei. Zwei brauche ich. Ach, nee. Oh, der ist neu. Einmal scannen. Den Hirsch. So. Foxeby. Bay. Bay. Foxe Bay. Keine Ahnung. Ähm. Was denn das Grüne? Tragbare Raffinerie. Okay. Was war das? Der Panzer der Muschel. Da hinten ist noch Technologie. Das werde ich... Hab ich das jetzt markiert? Ja, ne? Müsste markiert worden sein. Zwar nicht auf dem Kompass, aber... Oh, scheiße. Ab zum Schiff. Ui, ui, ui. Das ist nichts gut. Nichts gut. Huch. Scheiße, nach vorne gucken, wenn du läufst. Junge, junge, junge. Das werden wir aber auch in der nächsten Folge dann erst holen. Ich werde mich jetzt schleunigst ins Schiff setzen. So, komm. Kleines bisschen noch. Kleines bisschen noch. Strahlende Säule. So. Das wird aufgeladen. Müssen wir nur noch mal eben... Die Lebenserhaltung aufladen. Mit Sauerstoff, wovon wir nicht mehr viel haben. Super. Wow. Das ist ja der Wahnsinn. Ey. Hammer. Hammer. Naja. Moment. Geborgene Daten 2. Äh, Moment. Falsch. Hier, geborgene Daten 2. Was ist das denn? Achso, das war das. Das ist das. Das kann eigentlich... Nein, erstmal weg damit. Können wir neu machen. Kostet nicht viel. So, Fracht. Ähm. Bewegen. Oh, das war falsch. Das war auch falsch. So. So. Naja, egal. Ich würde sagen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es wieder heißt... Ähm. Ja. Keine Ahnung. Auf den Spuren der Sterne. Mal gucken, was hier so passiert ist. Oder so. Naja, egal. Wie gesagt. Macht's gut. Ciao. joo. Bis zum nächsten Mal.